Hey und willkommen hier wieder bei der A&M. Unser heutiges Thema ist ein Thema, was alle Unternehmen die nächsten Monate und die nächsten Jahre extrem betreffen wird und auch nicht alle Unternehmen ehrlich gesagt überleben werden. Und zwar das Thema, wie die Firma eigentlich vor der Inflation retten. Ich habe heute Marvin wieder mit dabei. Mein Name ist Alex. Und wir wollen dir heute drei Tipps mitgeben, wie du deine Firma vor der Inflation schützen kannst und sogar noch einen Bonustipp, mit dem du am Ende dafür sorgst, dass du aus der Zeit sogar noch was rausholst. Das heißt, dass du aus der Zeit sogar wachsen kannst, während die anderen Probleme haben, irgendwie ihre Firma über Wasser zu halten. Viel Spaß dabei. Ja, Inflation ist natürlich ein sehr krasses Thema gerade. Also wir kriegen ja bei sehr vielen Partnern mit, dass die Preise sich gefühlt stündlich erhöhen. Also ich glaube, es gibt kaum einen Hersteller, der jetzt nicht wöchentlich eine Preisanpassung rausschickt. Kommt natürlich daher, dass in der Vergangenheit sehr viel Geld gedruckt wurde, das ist schon mal klar. Wie geht man jetzt als Fachfirma eigentlich damit um? Also ich glaube, was so unsere Erfahrung jetzt ist, was so der Hauptpunkt ist, ist erst mal, dass die Leute auch wirklich anfangen, das ernst zu nehmen und wirklich auch mal anfangen, die Preise mit der Inflation mit anzupassen. Ja, also ich denke, es gibt verschiedene Punkte. Wir haben dir heute mal drei Punkte mitgebracht, über die wir mal sprechen. Aber das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten oder der wichtigste meiner Meinung nach, dass du halt die Preise natürlich mit korrigieren musst und das auch an deine Kunden weitergeben musst. Und da ist zum einen natürlich gute Kommunikation auch gefragt. Da muss man natürlich darauf achten, wie kommuniziert man das dem Kunden, wie kann man das auch sinnvoll erklären. Ja, um nochmal so ein paar Dinge zu nennen. Wir hatten das ja schon in einigen, in anderen Formaten hier beschrieben, wie man das genau kommuniziert. Aber im Endeffekt, ja, transparent den Kunden erklären, warum es so ist. Dann aber auch erklären, dass das kein Nachteil jetzt für den Kunden ist, sondern du nur nachhaltig auch deren Dienstleistung oder deine Dienstleistung abliefern kannst oder dein Produkt abliefern kannst, wenn du dich eben auch entsprechend bezahlen lässt. Weil sonst bestehst du halt einfach nicht lange. Ja, und das kann man doch ganz klar sagen. Also jedes Unternehmen, was die Preise nicht mit angezogen hat, das verzichtet halt auf Marge zwangsläufig, damit auf Sicherheit und damit einfach auf eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu überleben, haben wir mal ganz simpel gesagt. Der zweite Punkt ist auch eigentlich nachvollziehbar. Es wird halt so sein, dass durch die Inflation viele, einfach nachvollziehbar, dass viele Unternehmen natürlich ihre Preise erhöhen, zwangsläufig, aber die Gehälter sind nicht im gleichen Rahmen erhöhen. Das heißt, man muss davon ausgehen, es gibt immer so ein Gap von, ich sag mal, einem halben bis einem Jahr ungefähr. Inflation kommt, Preise werden höher und dann irgendwann auch Gehälter werden höher. Und das Problem ist, dass den meisten das jetzt gar nicht so bewusst ist, dass sie in Zukunft die Gehälter ihrer Leute anpassen müssen. Das heißt, auch das muss man eigentlich schon einkalkulieren. Wenn man irgendwie in einem halben Jahr feststellt, warte mal, ich muss jetzt die Gehälter nochmal anpassen und entsprechend meine Preise nochmal höher kalkulieren, aber das geht irgendwie nicht mehr, weil ich bin schon an dem und dem Limit, dann ist das halt schwierig. Man muss jetzt schon einplanen, in einem halben Jahr, dass die Gehälter weiter angepasst werden müssen, weil ansonsten gehen die Leute halt einfach woanders hin, wo sie dann halt mehr Geld verdienen zum Zeitpunkt, weil die Gehälter da schon angepasst wurden. Also das ist so ein Thema. Zweiter Tipp schon, was ich klar mache, was sich das nach sich zieht überhaupt. Dass halt nicht nur bei den Herstellerpreisen bleiben wird, sondern dass auch die Gehälter nachgehen, dass zwangsläufig auch die Mieten höher werden. Das hat alles sich einfach stärkt. Das heißt, die Gesamtkalkulation wird teurer werden. Und dann kommen wir jetzt quasi zum dritten Punkt und das ist der Punkt, mit dem du diese Dinge nämlich lösen kannst, entgegengehen kannst. Das wird dafür sorgen, vor allem jetzt kurzfristig, auch dass die Gehälter eben ein Viertel bis ein halbes Jahr brauchen oder noch länger oder ein Jahr vielleicht auch brauchen, um nachzuziehen, dass die Leute sich erstmal viele Dinge oder viele Leute können sich nicht mehr leisten. Das, was sie sich eigentlich leisten würden. Sorgt dafür, jetzt auf der anderen Seite, dass natürlich weniger Leute kaufen bei dir und das ist dafür, dass du eigentlich mal in der Realität mehr Anfragen bräuchtest. Das heißt, du brauchst mehr Leute, die sich bei dir melden, damit du immer noch statistisch die gleichen hast, die am Ende kaufen, wenn weniger kaufen können. Ja genau, also einige Leute werden nach wie vor trotzdem natürlich die Produkte und Dienstleistungen kaufen, eine neue Küche und so weiter. Solche Themen werden immer gebraucht oder wenn ich eben zum Beispiel jetzt auf Solar umsteigen will oder neue Terrassenüberdachung oder was auch immer haben möchte. Es wird immer Leute geben, die das weiter machen möchten. Nur die Frage ist halt, wohin gehen sie? Wer ist am präsentesten? Wer ist noch da überhaupt? Und wer ist sichtbar? Und das ist einfach deine Aufgabe in dieser Zeit, auch trotzdem sichtbar zu bleiben und da zu sein. Für die, also auch einfach mental, die Nummer eins im Kopf der Leute zu sein und dich natürlich auch auf Vertrieb zu fokussieren. Das ist halt, in der vergangenen Zeit war das so, einem wurde die Bude eingerannt. Man konnte sich vor Aufträgen, die musste man schon gefühlt abbinden. Aber das wird sich ein bisschen ändern jetzt auch in der Zeit. Ja, und was du gerade gesagt hast, ist auch im Grunde schon der, sagen wir mal, Bonustipp, den wir dir mitgeben, wenn du wirklich vor hast zu wachsen. Fokus auf Vertrieb. Das heißt nicht nur darauf, dass deine Ware besonders toll ist, dass du die besten Monteure hast, sondern wirklich Fokus darauf, dass du eine gute Vertriebsstruktur hast, dass du nicht mehr davon abhängig bist, dass jede Woche, jeden Monat Empfehlungen kommen, sondern dass du wirklich auch Leute hast, die so halt kommen, weil Empfehlungen werden zurückgehen zwangsläufig. Das geht nicht anders. Rein statistisch gesehen, wenn weniger oder wenn die Preise steigen, können es sich weniger Leute leisten, ganz normal. Das heißt, weniger Leute können es sich auch bei dir leisten. Ist einfach so. Bedeutet, du musst Leute mit dazu packen und du musst schaffen, dass die möglichst gut umgewandelt werden. Dafür brauchst du einen guten Vertrieb, du brauchst einen strukturierten Vertrieb. Du kannst es dir nicht mehr leisten, wie in der Vergangenheit, jeden erst mal ein Angebot zu erstellen, weil dein Vertrieb mit Leuten überlastet ist, die sich am Ende Nein sagen werden. Und das ist wirklich so das Bonusding. Wenn du es jetzt schaffst, in der Zeit den Vertrieb wirklich in den Griff zu bekommen, gute Einwandbehandlungen zu machen, auch da, wir haben Videos zu diesen ganzen Themen ja auch schon mit hier oder diese Inhalte schon auf den Kanälen geteilt. Wenn du es schaffst zu argumentieren, warum deine Preise trotzdem noch angemessen sind, obwohl sie 10, 20 Prozent höher sind, als die der Konkurrenz, weil die es vielleicht noch nicht einkalkuliert hat. Wenn du diese Argumentation hinbekommst, dann wirst du in den Zeiten sogar wachsen. Weil die meisten machen es sich halt so einfach, die sagen, ja, jetzt sind halt weniger Kunden da, dann muss ich halt Leute entlassen, dann muss ich halt auf Kurzarbeit gehen, dann muss ich halt da und da sparen. Und die werden aber aus der Zeit, wenn überhaupt, dann nur mit einem blauen Augerwende davon kommen. Es gibt halt Leute, die in der Zeit massiv wachsen werden. Und das sind die, die in den Vertrieb einfach meistern. Ja, du musst dir halt bewusst machen, dass die Zeiten, wo du einfach jetzt Angebote rausschickst und schaust, wer davon irgendwie was kaufen will oder so und du auch nicht nachfassen musst oder so, die Zeiten, die sind vorbei beziehungsweise die werden oder die laufen aus, diese Zeit, weil die Leute sind ja auch verunsichert. Also die Leute, die können es sich zwar leisten, aber trotzdem musst du sie vielleicht noch ein Stück mehr überzeugen, 20.000 Euro auszugeben für eine Küche, als du es vorher machen musstest. Auf jeden Fall. Weil das Geld günstig war. Früher war es halt Bestellungen entgegennehmen. Genau. Und dann hat es gewartet, er kommt zu dir, hat das Geld, hat das Geld günstig von der Bank bekommen und gibt seine Bestellung ab. Aber das klappt nicht mehr. Genau. Und diese Zeit, wo du dann nicht nachhaken musst, die Leute nicht nochmal nachfragen musst, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Angebot und so weiter, die werden weniger. Und du wirst da merken, dass die Leute auch unsicherer werden. Und da ist es eben wichtig, dass man auch stark im Vertrieb ist und dass man auch eben durch seine Marketingaktivitäten auch Leute anzieht, die aber trotzdem sehr kaufwillig sind. Also die richtigen Leute sozusagen zu dir holen, die eben noch bereit sind zu investieren. Ja. Also dazu vielleicht auch noch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, damit du überhaupt im Vertrieb besser werden kannst, leg dein Ego ab. Also jeder von uns hat ein Ego. Und bei dem einen ist das Größte, bei dem anderen ist das Kleine. Wir haben festgestellt, dass vor allem Fachfirmen, die schon seit vielen, vielen Jahren am Markt sind, seit 10, 20, 30 Jahren am Markt sind, ein extremes Ego aufgebaut haben, obwohl die Jahre extrem gut liefen, sind die der Meinung, dass es dadurch eher teilweise ein unternehmerisches Geschick geschehen ist, dass sie so gut überlebt haben, obwohl es jedem halt gut ging in der Zeit. Das ist so, wenn ich mir die letzten zwei Jahre anschaue, wo der DAX zum Beispiel nur nach oben ging, da hat sich jeder für den geilsten Investor gehalten, wenn er 30 Prozent Rendite gemacht hat, obwohl der Markt generell im Durchschnitt 40 Prozent halt gemacht hat zum Beispiel das eine Jahr, dann ist es einfach klar, dass man selber auch mal einen Schritt zurückgehen muss. Und jetzt zum Beispiel bei unseren Partnern ist es so, jeder Partner von uns, der dazukommt, wird vertrieblich auch geschult. Jeder, der bei uns Partner wird, wird geschult, weil wir wissen, dass der Vertrieb das Wichtigste ist. Und ich habe nach keinen einzigen erlebt, der als Partner geworden ist. Wir haben Unternehmen, die viele hundert Mitarbeiter haben, teilweise, auch die kleinen Unternehmen mit dabei, aber auch welche, die viele hundert Mitarbeiter haben, die wirklich schon gut strukturiert sind, wirklich schon eine Top-Struktur haben. Und selbst da gibt es ein paar kleine Nuancen, die man verbessern kann. Aber da zeigt sich dann immer, wer offen ist für die Themen, der wird halt weiterkommen. Und wer halt sagt, nee, ich bin nicht offen für diese Themen, ich bin der Meinung, ich kann schon alles, ich bin da schon ein richtig geiler Vertriebler, weil ich eine Abschlussquote auf 80 Prozent für Empfehlungen habe, bei einem Preis, der eigentlich schon zu niedrig ist, weil Inflation schon dafür gesorgt hat, dass bei mir Marge weggeschmolzen ist. Und wer dann sagt, ja, dann ist meine 80 Prozent Abschlussquote super, der soll mal wirklich gucken, was passiert, wenn man mal mit Leuten arbeitet, die halt noch nicht mit fünf Leuten gesprochen haben und mal einen richtigen Preis ansetzt. Das ist mal plötzlich bei 10 bis 20 Prozent. Und dann merkt man, hey, da ist noch ein Defizit. Und dieses Thema Ego ablegen, wird die nächsten Jahre wirklich darüber entscheiden, wer es überlebt, wer nicht. Wenn man zusammengefasst am Ende, wenn es darum geht, jetzt wirklich die Inflation als Unternehmen zu überleben, Punkt eins ist klar, passt die Preise wirklich verhältnismäßig an, an das, was da passiert. Punkt zwei, sorge dafür, dass du auch jetzt schon einkalkulierst, dass auch die Mitarbeiterkosten steigen werden, zwangsläufig, auch wenn es etwas länger dauert. Und Thema drei, investiere in Marketing. Also schau dir jetzt wirklich schon an, was für Möglichkeiten, was für Maßnahmen gibt es, mit welchen Maßnahmen kann man planbar Leute gewinnen, in den Bereichen, wo vielleicht es auch noch gut funktioniert gerade, wo noch nicht so der Boom abflaut. Und Thema vier, das Bonusthema, beschäftige dich jetzt in der Zeit mit Vertrieb und leg komplett dein Ego ab. Also gut komplett ablegen schafft man nie, man hat immer ein bisschen Ego, das ist leider so, hat jeder von uns. Aber versuch es bestmöglich abzulegen, dass du im Vertrieb halt weiter wachsen kannst, deine Leute weiter wachsen können, du die Zeit einfach gut überlebst. Ansonsten, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir das Ganze angeschaut hast oder angehört hast und lass gerne einen Daumen nach oben da, lass ein Like da und wenn du eine Beratung möchtest, auch jetzt, also wir haben natürlich auch Beratungskonzepte, wo es dann speziell darum geht, Unternehmen darauf vorzubereiten auf diese Zeit, dann melde dich gerne bei uns, bei uns ist die Erstberatung mal kostenfrei, findest den Link einfach unter dem Video und ansonsten eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.